Das letzte Novemberwochenende hat nicht nur die ersten Adventmärkte zu bieten, sondern auch jede Menge Kulturprogramm. Unter anderem findet das Jugendsinfonieorchester Burgenland mit einem Konzert ein kleines Jubiläum. Feiert ein kleines Jubiläum natürlich. Mehr dazu in den Kunstblicken. Vor zehn Jahren wurde das Jugendsinfonieorchester Burgenland gegründet. Das Orchester besteht aus Musikschülerinnen und Schülern aus dem ganzen Land. Es ist ein Orchester auf Zeit, das Kindern die Möglichkeit bietet, Orchestererfahrung zu sammeln. Beim Jubiläumskonzert wird Musik von Ravel über Mozart bis Bernstein erklingen. Es wird aber auch Filmmusik zum Beispiel aus Star Wars zu hören sein. Als besonderes Highlight werden Mitglieder der vergangenen zehn Jahre auftreten. Konzert des Jugendsinfonieorchesters Burgenland, morgen um 18 Uhr im Schloss Esterhazy.